Und damit hallo und herzlich willkommen zur 37. Folge des Warcraft 3 The Frozen Throne Addon Let's Plays, bei der wir gerade in der Mission waren, wo wir, was haben wir denn hier am besten als Erklärung, ich weiß nicht wie ich es am besten erklären soll, irgendwas eingenommen haben. Ich wollte hier, das habe ich mir noch überlegt, am besten hier unten fix noch eine weitere Nekropole und Dingens hinstellen, als reine Dev. Und ihr baut hier mal noch als Dev einen Ziggurat hin. Am besten ein paar mehr. Ich muss hier noch wie viel in Produktion geben? Zwei muss ich in Produktion geben. Das ist wichtig. Das, falls ich hier nochmal gleich angegriffen werde, ich entsprechend Leute da habe. So, das hier unten baue ich jetzt auch fix auf. Wie gesagt, das Holz hier hinten, das ist kein Holz, wo hacken die, nur noch Holz. Ich habe keine Ahnung. Wir nehmen die Holzhacker mal alle mit. Geht der noch nach hier unten? Die hier produzieren, gehen wir gleich weiter. Ich habe in der letzten Folge den einen Angriff abgewehrt, das weiß ich noch. Und habe dann nicht weiter gemacht, weil ich keine Zeit mehr hatte. Wir haben auch nicht mehr sonderlich viel Cap, wie ich hier oben gerade sehe. Aber das war, glaube ich, die ganze Zeit schon so. Und hier seht ihr auch, warum ich... ...hier eine Verteidigung hochziehen muss. Weil die mich ansonsten tatsächlich zu oft angreifen. Was mache ich mit denen hier? Die sind so nutzlos. Also das hier ist klar. Also die werden jetzt einfach die drei, ihr werdet die zwei, äh die eins. Und ihr werdet die zwei. So machen wir das. So, wo hat die Bestimmung abgeschlossen? Die hier. Die bringen jetzt auch Gold ein. Hier unten können noch, wie viele hin? Drei. Können wir auch fix von hier holen. Eins, zwei. Noch ein, wenn das Gold da ist. Drei. Ist das hier oben kaputt mittlerweile? Äh, da ist ein 5000 noch drin. Das war noch gar nicht dabei auf dem Weg, dass es kaputt geht. Gut. Uns fehlt ein bisschen was gegen Anti-Air. Also wir bräuchten davon mehr. Von den Frostwürmern. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Äh, warum kämpft der hier oben allein? Ich hab keine Ahnung, wer da oben alleine kämpft. Ist mir auch egal. Ähm, ich gehe jetzt... ...nach hier. Mit meinen Leuten. Hoffe, dass hier liegt der Feld. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Dann baue ich hier unten noch eine weitere DEF gleich auf. Dass hier auch eine Minimal-DEF steht. Nichts Besonderes, aber zumindest ein bisschen was. Die Gebäude braucht tatsächlich noch länger. Dann stellen wir hier zwei Gebäude hin. Und hoffen, dass zwei Gebäude zum DEFen reichen hier unten. Dass sie immer zuerst oben angreifen werden. So, wir machen was hier. Ähm. Wir machen einfach wieder... ...die Beschwörung ist abgeschlossen. ...diesen Klick. Und machen hier mal... ...und wir schlagst rasch zu, meine Krieger. Dessarok muss weg. Ja, Frostwürmer kann ich keine produzieren da oben. Gerade. Aber wenn ich Glück habe, ist das kein Problem. Hier das noch bauen. Das hier muss noch warten. Ach, stimmt. Wir hatten sie ja noch das Problem, dass... ...sie nicht wussten, auf welcher Seite sie tatsächlich kämpften. Ich erinnere mich. Theoretisch gesehen müsste das Gebäude hier zuerst weg. Aber ich bin gerade... ...das ist genau wieder das passiert, was ich mir schon dachte, dass passieren wird. Ich lasse die hier jetzt mal sterben und mache hier einfach mit denen den Stützpunkt weiter Platz. Mir egal. Ich bin mal gespannt, ob wir noch weiter nach unten laufen. Wenn ja, dann... ...dann hätte ich ein kleineres Problem ansonsten nicht. Jetzt mal fix das hier weg. Und, komm, zeig mir, ob wir... ...sie laufen weiter. Dann... ...laufe ich hin? Nein, ich laufe, oder? Ach, wir ignorieren es. Komm. Sollen sie halt unsere Stützpunkte glatt machen? Wir sind schneller. Zuerst auf den und jetzt fix hier oben rein. Ungläubige haben unsere Verteidigung gestürmt. Ich bin komplett... Also die Eins habe ich, die Zwei habe ich und die Drei habe ich. Jetzt passt es. Die laufen auch ganz wunderschön in eine einzelne Reitfolge hier rein. Eine Verteidigung gestürmter Streitkräfte werden angegriffen. Ich weiß nicht, ob ich hier einen gerettet bekomme. Ja. Sehr gut. Schlagt rasch zu, meine Krieger. Der Sarok muss weg. So, jetzt bin ich gespannt, ob er anfangen wird, sich hier selbst zu deffen. Oder ob er es ignorieren wird. Und weiter hier unten alles platthaut. Weil von der reinen Einheitenmenge her, die ich hier dazustehen habe, ähm, ist es kein Problem mehr. So, die laufen weg. Und die weglaufen, laufen wir los. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Unsere Eimer hier. Zack. Und einmal oben auch noch. Einmal... Dort. Äh, warum steht ihr hier rum? Weil ihr anfallen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und man braucht sich tatsächlich nicht großartig kümmern. Die kriegen das alleine geregelt. Gut. Dann hoffen wir nur, dass die jetzt nicht hier oben angreifen. Also auf meiner Hauptbasis. Das wäre ein bisschen... Nicht so geil. Dass die meine Hauptmace jetzt angreifen. Aber ansonsten... Alles gar kein Problem. Ne, sie kommen... Ne, sie doch nicht. Ich weiß noch nicht, wo die zweite Armee ist, die die haben. Die müsste eigentlich zum Deffen zurückkommen. Ich weiß noch nicht, ob ich alle Gebäude zerstören muss oder nur die großen. Tötet sie für den Meister. Hier unten kommen sie. Ha! Sie kommen, um zu Deffen. Sehr gut. Also quasi fast einen Geniestreich gemacht. Eine Einheit da unten gerettet. Obwohl, das hätte er auch so gesehen. Bin die Mace schon wieder am Aufbauen. Also, während ich ihre Mace hier zerstört habe, ähm... Habe ich es hier geschafft, es wieder aufzumachen. Eigentlich ist es echt nichts Besonderes. Ein Standard-Move eigentlich. Den jeder hinkriegen sollte. Und die Basisplatz zu hauen dauert... Ungewöhnlich lange. Die Beschwörung ist abgeschlossen. So, der ist fertig. Dann brauche ich jetzt hier gleich vier. Oh, Hauptfestabgeschwörung brauchen wir gar nicht. Das ist alles schon so geregelt. Perfekt. Unsere Goldmine ist fast erschöpft. Einer der schwereren Missionen. Der Zauber wurde aufgehoben. Ist der Albtraum endlich vorbei? Haltet ein, Menschen. Mit euch habe ich keinen Zwist. Was wollt ihr, Elfenhexe? Wir haben einen gemeinsamen Feind. Balnassar, der letzte Schreckenslord, beherrscht zur Zeit die Hauptstadt eures Königreichs. Wenn ihr mir helft, ihn zu töten, sorge ich dafür, dass ihr euer Land wiederbekommt. Warum sollten wir euch trauen? Ihr seid Teil der Geißel, die uns einst von dort vertrieben hat. Nicht mehr. Mich interessiert hierbei nur die Rache. Wohlan denn. Ich rufe den Rest meiner Truppen zusammen, dann treffen wir uns vor den Toren. Kommt schon. Ihr habt doch nicht wirklich vor, ihnen ihr Land wiederzugeben. Natürlich nicht. Die Menschen sind mir nur Mittel zum Zweck. Ihr hört euch mit jedem Tag, der vergeht, mehr wie eine von uns an, Lady. Vorsicht, Schreckenslord. Kapitel 6. Eine neue Macht in Lordaeron. Am nächsten Tag bereiten sich Sylvanas und ihre Verbündeten am Rande von Lordaeron Hauptstadt auf die Belagerung von Balznaths eindruckenden Verteidigungslinien vor. Noch eine Deathmisskung? Balnassar ist kein Narr, Milady. Diese Schlacht kann nur durch Zermürbung gewonnen werden. Was ist los, Dämon? Habt ihr Angst? Hütet eure Zunge, Menschenhund. Eure leere Großspurigkeit beeindruckt mich nicht. Gemach, meine Herren. Spart eure Wut für Balnassar. Garitos, ich führe meine Toten zum Frontalangriff, der bei ihr die Stadt von hinten angreift. Ein kühner Plan, Milady. Aber wenn wir unsere Hauptstadt zurück erhalten, folge ich jeder Strategie von euch. Gebt dem Buffet. Lasst den Angriff beginnen. Okay, wir sollen irgendwas angreifen. Jetzt haben wir die Quest bekommen. Balzanas Stütz... Äh, Waldlithas Stützpunkt zerstören. Ähm. Und jetzt kann hier das... Ah, wir kämpfen mit Menschen und Untoten zusammen. Gut, ich werde erstmal ganz kurz anfangen zu forschen. Halt, stopp, 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 stopp. Wir brauchen Holz. Holz in rauen Mengen. Das ist immer das größte Problem am Anfang. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Es ist mehr Gold erforderlich. Ja, fast. Mhm. So, hier unten. Hier brauche ich auch Holz. Wie viele Holzfälle habe ich hier? Bei? Sieben. Gehen wir dann hier noch einen mehr dazu? Hm, sie können Galitos und seine Armeen bevilligen, ja. Alles klar. Und hiermit könnten wir erkunden gehen. Laufen wir mal so. Und schauen doch mal, wie der Schemen läuft. Ob er mir einen Weg zeigt, über den ich schnell ohne Gegner zu meinen Leuten zurückkomme. Jetzt machen wir zum Schluss. Jetzt forschen wir erstmal. Jetzt machen wir auch zum Schluss. Das Gebäude kommt als nächstes. Was ist mehr Gold erforderlich? Ach so, Kacke. Die Dinger können Schemen sehen. Mhm. Hier muss auch noch einer mehr. Die vermissten Zwerge suchen. Okay. Ähm. Bei dem wollte ich jetzt noch eins aufzahlen. Wie viele sind das jetzt? Das sind fünf. Zähne wollte ich haben. So. Bei den Menschen weiß ich überhaupt nicht, was ich als starke Einheit produzieren soll. Ich kann euch aber so viel sagen. Was mir hier erklärt worden ist. Man kann ja diese Höfe bauen mit diesem Shift-Click. Wenn das Gebäude rot wird, dann habe ich das Maximum an Höfen erreicht. Das wurde mir noch erklärt. Das ist vielleicht für euch eine interessante Info nebenbei. Also jetzt hier. Das ist okay. Der ist noch gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. So. 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 Das ist zu viel. Diese eine rote wäre jetzt zu viel. Nur das ist vielleicht noch eine ganz interessante Info für euch. Ähm. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Dann drücke ich halt hier oben kurz auf Forschen. Das Ding ist im Bau. So. Forschung abgeschlossen. Das forschen wir zum Schluss. So. Hier muss ich auch dann gleich mal schauen, was ich überhaupt für Gebäude habe. Nach oben. Alles. Hier werden wir dann auch wieder mit dem Schlachthaus und dem Knochenhof arbeiten. Und bei denen hier. Äh. Die sind nicht so weit ausgebaut. Gut. Das heißt, die hier werde ich dann wahrscheinlich nicht benutzen. Dann einfach so stehen lassen. Es ist mehr Gold erforderlich. Mehr Gold. Mhm. Hier haben wir schon das Schlachthaus. Mit dem will ich spielen. Mit den Monstrositäten. Und haben wir auch schon den Knochenfriedhof. Nein. Der fehlt natürlich noch. Der erfordert doch aber, glaube ich, auch noch einen. Eine Opfergrube. Die habe ich doch, glaube ich, schon gesehen. Genau. Und. Eine schwarze Zitadelle. Die forschen wir gerade. Forschung abgeschlossen. Brauche ich das hier? Das gab mal. Das habe ich auch. Ich habe alle Gebäude. Gut. Okay. Dann brauche ich mir um die Forschung ja nicht so die Sorgen machen eigentlich. Geht das Gebäude noch eins höher? Das schwarze Zitadelle ist das höchste. Es ist das höchste. Perfekt. Dann gehen hier die Forschung los. Forschung abgeschlossen. Hier die ganzen Forschung. Es ist mehr Gold erforderlich. Das geht nicht zu forschen. Das Gebäude geht eins höher. Das geht nicht zu forschen. So. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Forschung abgeschlossen. Muss der Ärzt hat jetzt auch noch mithelfen hier. Uiuiui. Los. Macht mal ein bisschen Hilfe. Forschung abgeschlossen. Okay, die können sich dann nach oben und unten patrouillieren lassen. Das hätte den Vorteil, dass ich nicht andauernd sofort reagieren muss. Die kriegen einiges alleine geregelt, aber auch nicht alles. Das steht ja auch schon mal fest. Wir brauchen jetzt noch von den Ziggurats eins. Da sind wir bei 70. Noch zwei weitere. Drei. Ne, zwei. Äh, 80. Und der letzte noch, sobald wir die 150 Gold haben. Kann ich mir eigentlich Gold rüberschicken? Ne, schade. Und ich glaube, dass diesen Nerob-Turm, das muss ich gleich mal vergleichen, ob der besser ist. Der, ne, der ist nicht besser. Okay, er sieht nur unsichtbarer, das ist der Vorteil. Mhm. Also das hatte ich ja hier festgestellt, dass man unsichtbarer erkennen kann. Es ist mehr Gold erforderlich. Gut, dann habe ich theoretisch alle Gebäude. Ich würde jetzt hier an Einheiten mangeln. Und ich weiß nicht, ob man hier vielleicht irgendwo eine Exe bekommt. Will ich. Da kann ich ja mal kurz gucken gehen. Komm, würde ich mir etwas angucken gehen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ähm, werde ich auch schon angegriffen? Ungläubige haben unsere Verteidigung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Wieder dorthin. Und du zeigst jetzt mir, ne. Malte Truppe. Dahin. Der hier. Zeigt mir jetzt mal, was hier unten ist. Wenn ich von hier schon angegriffen werde. Jackenslot-Anführer. Also hier ist auch noch mein Stützpunkt. Hier noch ein bisschen Gold drin. Ist der leicht zu erobern? Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Hier wäre dann so eine Grenze. Mhm. Wenn der leicht zu erobern ist, dann hole ich mir den gleich fix. Das ist ein sehr kleiner Stützpunkt. Den kann ich mir holen. Ja, das wird meine erste Echse werden. Perfekt. Hätten wir das geklärt. Hier schnappen wir uns mal einen und produzieren den da hin. Mhm. Ich gucke kurz wegen Forschungen die Gebäude durch. Da habe ich alles außer das hier. Und hier unten habe ich eigentlich auch alles. Ähm. Das, was ich noch erforschen kann, das ist so. Ja. Die sind nicht so wirklich für mich eine vollständige Truppe, wo ich sagen kann, damit will ich angreifen. Das will ich mit denen hier machen. Deswegen ist es schade, dass ich das Gold nicht hin und her schicken kann. Forschung abgeschlossen. So, der hier kriegt Reparieren-Automatik. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Forschung abgeschlossen. Arbeit ist vollbracht. Forschung abgeschlossen. Ja, und ihr könnt euch eigentlich schon wieder einrichten, dass wenn ihr den Aufbau wieder nicht sehen wollt von diesen, von der Base, dass hier einfach die nächste Folge wahrscheinlich springt. Ich weiß nicht, wie lange ich noch brauche, aber vermutlich wird es noch so drei, vier, fünf Minuten dauern, bis die ersten Angriffe hier losgehen. Bis ich sage, ich bin mit dem, was ich habe, zufrieden und greife damit an. Habe ich da mittlerweile das Ding mal gebaut? Natürlich nicht. Warum sollte ich auch den Knochenfriedhof bauen, wenn ich mit diesen Einheiten spielen will? Macht ja gar keinen Sinn. Forschung abgeschlossen. Forschung abgeschlossen. Genau, was ich noch erzählen kann, hier auf dieser Let's-Play-Runde, falls ihr nur das WC-3-Let's-Play schaut, gab es am Mittwoch, für euch letzte Woche Mittwoch, einen Stream, wo ich einen Arma gemacht habe. Arma mit Nix-Name. Und da wurden, das war so eine Quatsch-Runde, da war ich auf dem TS und die Leute konnten halt Fragen stellen. Und es wurde auch ganz aktiv und regelmäßig genutzt, das war ganz witzig. Aber, ähm, ich kann, aber wenn, wenn es euch interessiert, was da so gesagt worden ist, kann ich euch den Stream eigentlich wirklich nur wärmstens ans Herz legen, dass ihr euch den anschaut. Weil es war wirklich eine lustige Runde, die wirklich Spaß gemacht hat. Und auch eigentlich recht informativ und interessant war, ähm, auch wenn es vielleicht thematisch halt einseitig auf mich bezogen war, das ist vielleicht ein bisschen egomäßig. Aber also, wenn ihr, wenn euch das interessiert, kann ich euch diesen Stream eigentlich wirklich nur wärmstens ans Herz legen. So, sobald jetzt hier der Knochenfriedhof, also gebt einfach bei mir in die Kanalsuche einen Arma mit Nix-Name, ihr werdet das finden. Ich bin zuversichtlich, dass ihr das finden werdet. Ähm, jetzt werde ich, sobald der Knochenfriedhof ist, hier noch die letzten Forschung einstarten. Bei den Knochenfriedhof, wenn da noch welche sind. Und danach werde ich dann, äh, in den Krieg ziehen. In die Kriege. Aber wir brauchen noch eine weitere Zitadelle. Äh, einen weiteren Ziggurat, meine ich. Läuft doch mal da einen hin. Forschung abgeschlossen. So, hier gibt es noch diese eine Forschung, die meinte ich. Und danach geht der erste Frostwurm vom Band. Er geht da oben hin. Hier können wir die Hälfte an Einheiten wegnehmen. Die Hälfte, nicht alle. Das ist die Hälfte. Die fügen wir hier zu der Armee mit hinzu. Sammelt euch mal da. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht angegriffen werde. Die kriegen den Sammelpunkt da drauf. Er kriegt den Sammelpunkt da drauf. Und jetzt machen wir das zu meiner Nahkämpferarmee. Und der ganze Rest ist Fernkampf. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Ernsthaft dort? Total Bombe. Weil ich auch so viel Ehr habe. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Unsere Brüder brauchen Hilfe. Forschung abgeschlossen. Habe ich denn mit denen hier mal irgendwas Anti-Air-mäßiges? Da kommen Sie, Jungs. Haltet die Stellung. Wir haben mit denen hier kein Anti-Air. Wie soll ich denn das regeln? Einfach Türme in Masse produzieren hier drüben. Forschung abgeschlossen. Würde ich dann sagen. Das ist der Vorschlag. So, ihr, äh, das ist die Eins. Das ist die Zwei. Und wir greifen hier einfach mal Pappen-Dreist so an. Und hier unten. Knappen wir uns den hier. So, dann, wo ist der hier oben? Keine Ahnung. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Und bauen hier weitere Türme auf. So eine Turmfront. Ich würde sagen, wir stellen die hier so hin. So. Hier unten noch. Da erweitern. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier oben noch. Und hier noch die ganze Reihe dann nach oben. Das müssen wir zwischenzeitlich dann noch updaten. Aber das kriegen wir geregelt. Sondern das wir hier einfach komplett zugemacht haben. Oh, wie sieht das aus? Was habt ihr hier jetzt? Seht nicht so aus, als würdet ihr das angreifen, was sinnvoll wäre. Doch, jetzt greift ihr das an, was sinnvoll ist. Das ernsthaft ein Frostwurm tot bekommt, dieser, ähm, Boss hier. Fokussen wir mal kurz, dass er weg geht. Wir werden jetzt hier mal kurz umdisponieren müssen, dass wir hier mal kurz die Gebäude wegklatschen. So, wir können doch aber auch hier schon jetzt Einheiten nachproduzieren. So, weil geforscht habe ich doch alles. Also von ein paar Kleinigkeiten, die nicht erwähnenswert sind, kann ich hier theoretisch jetzt dauerhaft Einheiten nachproduzieren. So, dass wir hier das auch noch geregelt kriegen. Dann werde ich hier unten auch gleich, äh, einen Schutzpunkt hinstellen. Einfach nur, damit ich hier das Gold noch mit absahnen kann. Wird nicht super viel Gold sein, aber besser als nicht. Hm, dann schnappen wir uns hier mal einen davon. Laufen wir den schon mal da hin? Hier seht ihr, was ich meine von wegen... Türmen, aber... Ah, mein abtrünniges Schoß-Tierchen Garitos. Wie ich sehe, ist euch seit unserer letzten Begegnung ein Rückgrat gewachsen. Mit euren Geisteskräften habt ihr mich schon einmal überlistet, Dämon. Es soll euch nie wieder gelingen. Wir haben eine hohe Rechnung zu begleichen. Arbeit ist voll brav. Diese Unverschämtheit werdet ihr niederträchtigen Verräter büßen. So, äh, das passt hier. Hier kommt jetzt so ein Ding hin. Daneben noch eine Nekropole. So, und dann hier noch, ähm, davon ein paar. So, eins. Oh, siehst du jetzt hier aus, kriegen wir das geregelt? Ja, sie kriegen es geregelt. Wäre schlechter als rechts, aber... Wird schon. Arbeiten ist voll brav. Bei den zwei Höfen sollte ich schneller produzieren können, als er meine Dinger tothaut. Und dann sollte ich den auch schaffen. Ist der Boss hier gest... Ne, er lebt noch. Gut, das hier hätten wir geregelt. Jetzt müssen wir hier die Armee aufteilen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Den Nahkämpfer mit ihnen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Hier dann noch, so. Oh. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Ähm, das sind Nahkämpfer. Eins. Und das hier werden meine Fernkämpfer. Unsere Brüder brauchen Hilfe. So. Da fehlt mir der doch immer noch. Ist der AG 2. Und dann sammeln wir uns mal hier. Und bauen aber hier auch gleich mal noch... Na, das können wir uns grad nicht leisten. Alles klar. Zumindest hab ich jetzt das Problem verstanden, was hier existiert. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Das sicher dort unten an Daunen angegriffen werden und dass die absichtlich so schwach sind. Das war wohl die... Das Hauptaugenmerk. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Beschwörung ist abgeschlossen. Die Stadt unserer Brüder wird angegriffen. Die Reihenfolge war jetzt nicht die hellste, ganz ehrlich. Warum baue ich nicht zuerst mal hier noch... Wie viel brauchen wir? 4, 1, 2, 3, 4. So, und jetzt bauen wir hier aus. Gold erforderlich. So, haben sie es geregelt gekriegt. Haben sie. Ihr werdet mal die... Die... Die 4. Geht da hin. Dann haben wir auf jeden Fall hier unten schon mal einiges noch an Dev jetzt hingestellt. Arbeit ist vollbracht. Nicht die beste Dev, aber ein bisschen was. Äh, das Holz da oben, das brauchen wir noch, deswegen behalten wir das. Ja, und jetzt warte ich eigentlich tatsächlich nur noch aufs Gold. Dass hier unten ein Angriff kommt, das hoffe ich jetzt einfach mal nicht, aber wissen tue ich es nicht. Wir werden als nächstes hier reinmarschieren. Wo wir schon ein paar wenige Leute. Auch wenn sie so schön hochgeforscht sind, sind es ein paar zu wenige. Und selbstverständlich werden wir angegriffen. Während die halbe Stunde rum ist. Das heißt, ich laufe in der nächsten Runde jetzt, der nächsten Folge nach da unten zum Verteidigen. Ähm, wenn ihr euch interessiert, ob ich das schaffe, müsst ihr also zuschauen. Ich bedanke mich soweit dann fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich, gebt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß. Und sage auch wie immer zum Schluss. Tschöne Möde!